Kennt ihr das auch? Dann wär die Welt perfekt! Ich muss es versprechen, aber leider willkommen zu einem neuen Metronom Battle! Heute zum Strahlen der Diamant und Leuchtende Perle, Metronom Battle No. 1, deswegen Coverlegenten Metronom Battle. Falls ihr euch fragt, warum könnt ihr Metronom... Genau. Während ihr das hier gerade seht, ist dieses Wochenende das Metronom Battle-Turnier in Schwert und Schild das Presente-Stream. Deswegen werde ich hoffentlich eure Twitch-Dings unten in die Beschreibung packen. Cool! Und falls ihr mehr Bock auf BDSP-Metronom-Battles habt, dann schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare. Lasst uns eine positive Werte da und schaut natürlich auch morgen das Metronom-Battle, das bei Presente kommt. Ich hoffe, es kommt morgen. Ich hoffe, dass es kommt am Freitag. Aber ich denke, es wird alles passen. Hallo, Leute! Hallo, Leute! Es geht. Hallo, Leute! Ich will dich was fragen, okay? Ja. Gut. Finde ich nice. Also man sieht ja jetzt hier, meine Items nicht eingeblendet. Da habe ich ja natürlich hoffentlich was drüber gepackt, ne? Ja, guck mal, bitte, ja. So, jetzt stelle ich mir aber die Frage. Hast du einen Weiß-Hob auf einem deiner Palkers? Natürlich. Hast du echt? Ja, klar. Okay. Ich habe einen anderen Mannschaft. Ein schlauer Bube. Hast du einen oder vier? Ich habe ja einen. Das wäre langweilig. Ja, ich dachte, also bei dir weiß ich ja nie, ne? Nee, weißt du? Ich habe mir so überlegt, nehm ich einen, aber nehm ich einen nicht. Keiner dachte ich so, ja, der Tune im Safe ein. Ich bin nur ein bisschen treu. Wenn ich frage, was hier so unterhaltsam ist, dann sind wir das. Ja. Ciao Diamant. Diamant. Ciao Diamant. Ich habe einen Gruß an meinen. Ich habe einen Joke aus dem, was du sagst. Das feiert man tatsächlich. Das feiert man echt, ja. Gruß an meinen. Ich weiß genau an wen. Ich auch. Aber ich kann es jetzt nicht sagen. Ich werde nicht spoilern. Warte, warum war da gerade ein Zwinger? Bei mir? Warte, habe ich fast kackt oder du? Ich habe keinen Zwinger. Ich eigentlich auch nicht. Doch, hast du. Nee, echt? Auf einem, auf einem, ja. Mega weird. Das habe ich aber nicht eingestellt. Ja, ja, ja. Natürlich hast du es nicht eingestellt. Amin, Freunde, amin. Ich sage, auf allem ist er los. Also ich bin Stahlpokon. Oh nein, hat der einen Weißhob? Ich hoffe nicht. Könnte sein. Aua. Ist es mein Shiny oder Non-Shiny gewesen? Shiny. Ja, mein Non-Shiny hat es. Okay, Entfernung. Oh nein. Oh, imagine, der hätte getroffen. Also die Sache ist, die Presence ist ein bisschen nicer, weil das Presence, oh ja, okay, nice. Das ist ein richtig hübsches Gesamt, richtig süßes Gesamt. Presence ist halt schneller, aber ich bin halt ein Stil-Type. Ja, genau, ich bin ein Stil-Type. Das ist ein guter Satz. Und ich bin halt ein Stil-Type. Ja. Das heißt, wir haben beide so unsere gewissen Reize. Genauso sagt man das. Junge, einfach Seiten gewechselt. Dribbelst du mich jetzt aus, oder was? Ich weiß jetzt nicht mehr, wer wäre es? Drip-Drop. Hop-Top. Pulverstehung. Oh nein, es kann freezen. Und geht auf beide. Ja, na klar, ich freeze dich jetzt auf beiden. Ja, Nummer 1, zwei Gefreeze. Und Nummer... Als ob, als ob ich das gecoilt habe. Es ist eine 10% Chance, überhaupt einen Freeze zu bekommen. Und ich gole das auf mich. Das ist unglaublich. Das ist jetzt schon einer der besten Methonomen bei den Momente, die je existiert haben. Ich mag nicht mehr. Das ist so gut. Guck mal, mach mal meine Finger bitte weg. Äh, ja, ich glaub... Nee, ich glaub, das ist der Falsche. Ja. Ich mag nicht mehr. Alter, also wirklich. Das ist jetzt schon einer der besten Methonomen bei den Momente, die je existiert haben. Ich dachte erst mal so, ich sag nur, ich freeze jetzt eine. Aber ich sag, ich freeze beide. Das ist so gemein. Und das ist... Also, wenn man es coint, ist es keine Hacks. Kann man sich nicht beschweren. Das ist ja so gemein. Hauen die auch irgendwann mal wieder auf. Da kann man sich nicht beschweren. Aber kannst du auch so coint, dass sie wieder auftauen. Ja, ich sag, Leute, smash den Like-Button. Aber umso mehr Likes, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass es auftaut. Bitte? Komm, ihr merkt doch, wie verzweifelt er ist. Jetzt gönnt ihm. Jungs, siehst du schon wieder übel nice aus. Halt wirklich. Aber das... Also, das ist... Leute, was ist die Wahrscheinlichkeit? Ihr könnt es mal wieder ausrechnen. Ihr wisst Bescheid. Ihr Stochastiker. Guck mal, ein bisschen Schaden skiege ich da drauf. Ich sag, wartet... Jetzt gönn! Bisschen Chip. Jetzt gönn! Und immer noch. Jetzt gönn! Gruß ist auch... Scheiße, Alter. Ich glaube, die Leute gönnen einfach nicht die Likes. Ihr müsst mehr liken. Sonst tauen die nicht auf. Aber wie hoch ist die Auftauschchance? Auch 10%. 20%. 20%. Tue dir. Ja, der Speedboot ist nicht so schlimm. Ich mein, du... Also, ich bin froh, dass ich gerade 10 auf einmal an die Eingabe habe. Weil ich mach gerade nichts. Nix machst du. Ich kann hier wenigstens ein paar AP abziehen, damit die anderen beiden... Also, vor allem... Zwei mal 10% Chance bekommen. So krass einfach. Und... Jep. Äh, jep. Und ich hab's die ganze Zeit nicht die 20% Chance gezählt. Möchte ich kurz an der Stelle da reden. Das ist schon ziemlich traurig, tatsächlich. Ja, also... Das sind auf jeden Fall Metronom-Melds. Der eine setzt Metronom ein und der andere schaut zu. Ja, der schaut zu. Wie gerade da stand ja auch schaut, ne? Der schaut halt zu. Weil du kriegst ja die ganze Zeit übelst Waco-Attacken. Seien wir ehrlich. Das sind echt Waco-Attacken. Ja, ja, ich bekomme... Also, ich hätte dich schon dreimal... Aber ich kriege halt gar nichts. Ja, du bist halt eingebrochen. Ich kriege halt nichts. Schaust halt zu. Gruß an Wein. Gefroren. Schaut Diamant. Schaut doch einfach mal Diamant. Schaut euch einen Diamant mal neu. Ja. Gönnt euch. Ich sag, meine beiden Diager sind irgendwie Diamant gefüllt. Tatsächlich, ja. Es sind ja... Ist ja auch das Kavalier für Diamant. Ich seh jetzt, wie der auftaut. Ich glaub, es war ein Crit, oder? Ich seh jetzt, wie der auftaut und dann geflinscht wird. Ja, ja, ja. Ich sag, das wär schon funny. Eins, schade, ja. Und der andere dann gleich auch noch hinterher. Und dann tauchen jetzt beide auf. Und sind beide geflinscht. Imagine. Das wär so funny gewesen. Ach, du Scheiße. Das wär so funny gewesen einfach. Ja. Und ihr so? Ja, ich würd sagen, mit Schönheit hier. Entspannt, oder? Mit den guten Boys. Falterreigen. Ach, du Scheiße, Alter. Wir bereiten uns vor für eine schwere Zeit. Im Menschen, ich würde Falterreigen mit Wunkelmund gerade bekommen. Ich bin froh, dass du, by the way, so vor fünf Runden oder so Kameradschaft auf den Nicht-Wunkelmund die Eier bekommen hast. Kein Ding, Bro. Immer wieder gern. Doppelschlag. Ja. Verfehlt. Gefreezed. Und. Gefreezed. Aber die wollen halt einfach nicht auftauen. Die Likes, Leute. Die Likes. Die sind ja auch große, große Dinge Stahlpogmon. Die haben nicht so Bock, weißt? Die wollen die einfach nicht bewegen. Wie hat Prezzy eben gesagt, natürlich ist die Eiger langsamer, weil er ist ein Stahlpogmon. Wenn er jetzt auf die Wunkelmood, die Eiger, Aski, auf beide, er geht auf minus vier innen, ne? Ja, schade, die Eiger. Das ist wirklich versucht. Das ist echt hart. Das ist echt. Das ist echt darm. Singt sehr drastisch. Ah ja, drastisch. 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 Sorry, Speyer. Das ist halt echt wack, was du da einsetzt. Aber ich bin noch wack. Weil du gar nichts einsetzt. Wie viel AP hast du noch? Magst du mal ganz kurz schauen? Gar nicht mal mehr so viel tatsächlich. Also, ich habe noch 15. Von 16. Ich habe, also, bei mir ist schon so orange tatsächlich. Wow, sorry, Speyer hat bei mir erst mal auch ganz gut funktioniert. Ich sage, ich kriege die trotzdem noch vor dir droht. Wahrscheinlich. Weil du die ganze Zeit zum Wack-O-Takt bekommst. Weil du aber auch ins Finger hast. Ja, das ist schon echt asozial, aber... Freude! Da geht's rund. Explosion. Oh Gott, ja. Hochdreter, let's go. Die Vorbereitung kommt jetzt auf meiner Seite. Ja, das finde ich gerade, Junge. Das finde ich gerade. Damit auftauchen. Ja, schade. Schade. Kann ich mir nicht so gut. Jetzt mach nochmal bitte einen guten Angriff, Palgier. Und Palgier, Bro. Bevor wir hier keine AP werfen. Also, wirklich. Ich hoffe, der... Die anderen beiden haben Telephatie. Panzerschutz. Der bereitet sich immer noch vor. Warum bereitest du dich vor, Bro? Du stößt gleich. Oh, come on, ey. Gute Fässerung. Das ist wirklich gute Fässerung. Darauf, dass er mit Verzweifler sich selber weniger Schaden macht, wahrscheinlich. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht auf den mit Wankerboot. Ja, perfekt. Oder gehst du auf beide? Nee, glaub ich nur auf... Ah, geht. Ja, ja, geht auf beide. Wo ist das? Ja, ja, geht auf beide. Minus zwei Death und minus vier Init. Cool. Eruption. Eruption, das ist nichts, Junge. Gar nichts. Vierfach Resisted. Zwei. Keine Spiel, nicht mal zwei. Vielleicht waren es doch drei. Ja, vielleicht auch vier. Und der ist immer noch gefließt. Weißt du nicht, weil die Hitze von Eruption hat ja auch schauen können. Ich hoffe, ich bekomme einfach Flammensturm. Um mich selber aufzutauen. Ich würde jetzt auch die ganze Zeit Feuerattacken bekommen können, um mich aufzutauen, ne? Kopfnuss. Kopfnuss. Ist immer noch eine Wackerattacke. Halt wirklich. Möchtest du aber flinchen? Könnte ich flinchen. Hat keine Attacke, ich bin wirklich. Schade. Oh nein. Wow, was war das so viel? Stopp. Achso, weil er... Ich hab mich geflincht, aber der wird auch aufgetaunt. Junge, was passiert hier? Was passiert hier? Sturzflug. Den hast du auch schon bekommen. Ja. Das Problem ist, meine Death ist halt auch so niedrig. Ja, der eine wird gefühlt umgeboxt von einem Verzweifler. Der ist halt minus zwei und der andere ist minus eins. Und du hast zwar Verzweifler, aber... Ich glaube, wir killen uns halt jetzt beide so. Also, der eine killt den fast. Der ist jetzt fast tot, ja. Jetzt tötest du safe ein. Ja, safe, safe, safe. Mit Verzweifler. Dann bekomme ich den weg. Aber du selber stirbst. Also, ein Crit. Du selber stirbst noch nicht. Ich selber stirbst noch nicht. Ich sterbe noch nicht. Nee, nee. Ich so noch. Der kriegt noch einen Verzweifler raus. Außer ich töte den jetzt. Das ist ja noch was anderes. Nee, natürlich. Das heißt... Oh, schade. Schade. Wollte ich auch nicht. Ja, okay. Hoffentlich hat er Telepathie... Ja, tatsächlich ganz gut. Nee, aber... Sieht gut aus. Ja, voll. Große an meinen Bro. An welchen Bro? Bitte an dich auf... Ja, sehr gut. Sehr gut. Auf den ist richtig gut. Weil der hat noch keine Death Drops oder so drin. Ja, ja. Nochmal. Nochmal. Das nochmal passiert wäre sehr gut für dich. Nochmal, sehr gut. Come on. Ich geh noch einen Move raus. Jetzt ist der down. Jetzt bin ich... Actually... Jetzt bist du in Front. Eventuell. Ja. Ja, schon. Weil ich verzweifle die ganze Zeit. Ich mache ja nichts. In der Theorie, ja. Unwahlung 2. Schnell geschlagen, weil Verzweifler hat keinen Typen. Reiter so ein schlauer. Aromacore. Nicht schlecht. Das hättest du vorhin gebraucht. Das hätte ich vorhin wirklich gebraucht. Das ist absolut korrekt. So ein Buller into Aromacore wäre wild gewesen. So, schaut dir mal einen Perl. Schaut dir mal einen Perl, ja. Wo ist er mein Bro? Wo ist er mein Bro, dir mal einen Perl? So, jetzt darfst du... Ja, okay, Perl ist halt auch schnell, ne? So Diamant, der verzweifelt jetzt. Ja, okay, der ist tot. Und dann tötet den. So, jetzt ist es 2 gegen 2. Du bist schneller als ich. Wir sind wieder... Wir haben resettet. Außer, dass ich ein bisschen Schaden bekommen habe auf meinem Diager. Minimal. Minimal. So, jetzt freeze ich dich wieder. So gemein. Knuddler. Oha. Ja, der misst erst mal. Bro. Der misst sein Bro. Hä, Bro, ich wollte nicht knuddeln. Bro. Bro. Was ist denn jetzt? Ich will gefreezen, Jungs. Ihr könnt aufhören. Stopp. Der hat eigentlich keinen Bock. Nachdem du Diamant verloren hast, kommt mein Diamant wieder rein. Oh, schau dir Diamant und Perl Soling. Schau dir Diamant und Perl Soling. Gutes Soling. Ja, grüßt an mein Bro Diamant. Das versteht ihr? Werde Diamant und Perl Soling. Ich hab keine Erzählung. Ich hab nur auf dem einen, ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber ich hab das auch einfach gepflegt. Weißt du, wer du die 2 für dich bringen hast, hab eh bei ich schon 5 Turns vorher weiter. Deswegen aber schau dir Diamant und Perl Soling. Ja, grüßt an mein Bro Diamant. Grüß an mein Bro Diamant. Oh nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, das passiert doch nicht. Ich muss es callen. Ich muss es callen. Ich hab auch überlegt, ein Ohhhhh. Oh, ja. Ein Step und einfach Resist. Ich hatte überlegt, ein A, mein Geradax-Joke zu machen. Ja, doch, der auch. Urteilskraft. Die Animation sehen wir das erste Mal, ne? Aber es ist nur ein normaler Tag, ne? Ja, ja, war ein hoher Spezialangriff. Ja. Ah, ich wollte es gerade sagen. Ja, du hast es dann. By the way, ich hab Kiss mit Wunsch mit meinem Adamanto-Optilie. Als ob. Das ist chillig. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ja, du wolltest, Armin Geradax hast du überlegt gemacht. Ja, genau. Ich hatte überlegt, was mit Armin Geradax zu machen. Aber da hab ich es doch verworfen, weil ich muss an meinem Bro Diamant. Der Birne wäre gut gewesen, wenn er nicht gefrüßt wäre, by the way. Ja, du jaust. Das tut weh. Das tut actually weh. Ich glaub, das ist leckerer Schaden tatsächlich. Ja. Ich glaub, der Bro ist tatsächlich nie mehr so. Ich glaub, mit dem geht's gar nicht mehr so gut. Ne, dem geht's überhaupt nicht mehr so gut. Aua. Schreiner Bauer. Raumschlag. Die Äpfel sind zu sauer. Stampfer. Die Birnen sind zu süß. Und tschüss. Süß. Gar nix, Alter. Na, echt nix. Soll ich die Frage, wie viel der Kiss mit Wunschreich machen wird? Ja. Ich glaub, nicht so viel. Aber two, you won't. Ich hab das Gefühl, Piker hat's gerade irgendwie ein bisschen mehr raus. Ein bisschen. Ein bisschen. Ich sag, ohne der Zwinger wäre ich jetzt schon lange tot. Ein Echern. Ein Echern? Der macht zum Glück mein Adamantop nicht kaputt. Das wäre tatsächlich ein bisschen traurig. Und Klebenetz. Ein bisschen zu spät, Freunde. Ein bisschen. Und jetzt kommt der Kiss mit Wunsch, oder? Ich glaub schon. Wie viel macht der? Bin spannend. Ui. Ja, ein bisschen mehr gerechnet. Also mehr Schad, ne. Ich hätte tatsächlich mit weniger gerechnet. Jaja, ich... Aber aufs Holding hätte ich es lieber gehabt, weil so gespreadeten Damage kann ich gar nicht gebrauchen. Ich würde gerne einen besiegen. Ich sag mal so, der Chip ist trotzdem nicht schlecht für dich. Der Chip ist halt trotzdem ein Chap, musst du einbringen. Richtig. Und Psycho ist... Warte, mach das. Ja, es ist die Signature-Attacke von Mewtwo. Ne, das ist Psycho-Stoß. Ja, das ist... Psycho-Stoß ist von Deoxys. Ah, ja. Oh, als ob du schlug gerade auf dem Wasser. Let's go. Wenn man mit Jäger spielt, sag ich da... Er hat Schuhe. Aber ich fahre Jäger nicht mehr als 2. Der macht nicht keine Kills. Ja, ich fahre Jäger auch mehr als Jäger. Ja, das ist ja auch Bro, die Hand. Der ist ja auch Schmarotzer. Ist ja auch Bro. Der wird nicht killen. Ja, doch. Der macht schon nur 2. Der macht mehr als 2, aber der wird nicht killen. Vielleicht auch 2. Vielleicht auch 32. Mega-Kick. Ja, okay. Das würde ich so viel machen. Ja, aber... Also, ich sag es okay. Das war mehr als gedacht. Also, es ist aber so... Wenn du jetzt so einen Zauberstein oder so bekommst... Ja, aber ich muss jetzt halt 2 Moves aushalten. Ja, okay. Ja, ich sag... Ist aber neutral. Nee, achso. Ja, okay. Okay, schade. Was ist so ein... Mein Bro, die haben Anteile da. Schade. Der kommt wohl mit der Route. Oh nein, ich gebe bitte weg. Schnell weg. Cut. Cut.